Mein Name ist Franz Unterforsthuber, ich mache die Beratung für die Saaten Onion in Südbayern und ich berate Sie in allen Sortenfragen über alle Kulturen in puncto Ertrag, Ertragssicherheit und für Ihren Betriebserfolg. Oder wenn Sie Weizen auch mal auf leichte Standorte bauen, wo Trockenstress da ist, da würde ich mal überlegen, ob man nicht auch mal so eine Hybride probiert. Und gerade der Hybride ist jetzt einer, der eigentlich da von den Gesamteigenschaften her ein unbändig gesundes Gesamtpaket bringt. Er hat Circus Borella Tolerant sind die Füße, Top Standfestigkeit, Blattgesundheit ist in Ordnung und ist in der Fusariumresistenz auf einem sehr guten Niveau, das heißt von Fuß bis Erde. Untertitelung des ZDF, 2020